Hallo und herzlich willkommen zurück zu FarmTogether. Mit dem kleinen Quarz und dem Ehemann. Hallo ihr zwei. Driving home for Christmas. Oh nein, es geht weiter. Wir haben gerade Dings aufgenommen. Minecraft. Und da hat er schon gesungen, der gute Ehemann. Ja, wir können ernten. Ja, ich habe keinen Kraftstoff mehr. Wie kommt das denn? Ja, hol dir doch welchen. Ich habe halb voll. Ja, das war halb. Mario. Ja, fünfte Folge FarmTogether. Und wir wollen jetzt noch ein Pack. Das ist aber wirklich schlimm hier. Das ist gar nicht geregelt. Und da sind schon die Kartoffeln im Level aufgestiegen. Und auch der Mandelbauch. Das geht schon wieder. Das merkst du schon wieder. Das geht hier schon wieder. Also hier ist echt was los. Ja. Das ist doch unglaublich, wie effizient wir hier schon wieder am Start sind. Fantastisch. Ganz fantastisch. Okay, ich hätte hier auf... Ach, Quatsch. Ist egal. Ähm, ja. Wir müssen Quest-App gelbe Paprika. Und? Reichen nicht, ne? Da hinten haben wir ja noch mehr. Da oben sind ja auch noch welche. Guck mal. Ja. Ja. Das geht hier zur Sache. Oh, hier. Chaga. Ja, es scheint hier... Oh, die Quest ist, glaube ich, fertig geworden. Ne, das war... Wie war denn das Quest? So. Wir haben noch das Naturfest, was wir machen könnten mit Fahnen. Ja, aber das wird nichts. Das ist, ähm... Das ist für... Zucchini müssen wir pflanzen. Und Leghornhuhn brauchen wir zehn Stück. Dann brauchen wir Kohl, Salat und Lachs. Haben wir schon Lachs? Haben wir Lachs überhaupt schon gepflanzt? Also, du weißt, was ich meine, ne? Ich gehe davon aus, dass wir die noch nicht haben. Dann werde ich mal gucken, ob ich jetzt hier einen Lachs hinsetzen kann. Ja, wir haben Ankündigungen zu machen. Das ist allerdings auch richtig, ja. So, ihr Schweine und ihr Hühner. Jetzt gibt es hier erstmal... Lachs, aber... Oh, weißt du, wie teuer der Lachs ist? Ja. Da werden wir gleich wieder an die Armutsgrenze kommen. Oh, okay. Nein, ach. Ja, ich übe es noch ein bisschen. So, dann können wir hier schon wieder abkassieren, die Stände. Zack, schacker. Ja, das bringt ja immer kein Geld. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist so. Ja, du musst, wir müssen immer... Du musst mal... Doch, die bringen, aber du musst das Lager ja leer machen. Ja, natürlich. Klar, sonst können wir ja nix, nix, nix weiter ernten. Ja, genau. So, der Lachs ist gepflanzt. Wir haben ein paar KW weniger, aber... Dann brauchen wir jetzt Salat. Salat und Kohl. Okay. Ich werde hier mal Salat pflanzen, tatsächlich. Und ich pflanze Kohl. Ja, Kohl ist, geht gerade nicht. Ach so, falsche Jahreszeit. Aber ist auch nicht mehr lange hin, ne? Also, Salat. So, nein, ach. Was denn? Ja, bitte ich. Ich muss erst mal wieder üben. Ich muss erst mal wieder üben. Ich habe jetzt hier mehr Bete gemacht, wie ich wollte. Ah ja, lieber mehr haben und nicht brauchen als... Ja, nee, das war jetzt nicht so gut. Also, Honig haben wir jetzt. Ähm, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass wir... Ähm... Zucchini brauchen wir noch? Zucchini, genau. Dass wir uns Häuser bauen sollen, dann können wir Erntehelfer ähm, Dingsen beantragen, quasi so. Ähm, ich mache mal Zucchini. Weiß jetzt gerade nicht, wie viele wir da brauchen. Zucchini können wir auch gerade nicht. Okay. Das Einzige, was wir gerade können, ist Salat. Wohl geht nur im Frühjahr. Ach, wir haben jetzt erst mal Herbst. Ja. Also, das Duabbaum-Bäden. Äh... Das schaffen wir also in dieser Aufnahme jetzt nicht mehr, weil wir machen jetzt gerade nur eine Aufnahme. Das wolltest Du ja erzählen. Ja, du kommst mir ja dazwischen. Aber Du kannst gerne erzählen, jemandem. Ja, wir machen jetzt tatsächlich nur eine Aufnahme in dieser... in dieser neuen Session. Nicht, dass wir nicht weiterspielen würden, sondern, äh, wir spielen weiter, allerdings jetzt, äh, tatsächlich nicht in den Aufnahmen, sondern wir spielen, äh, äh, das im Stream. Und zwar am nächsten Samstag. Da geht das los. Ähm, ja, Du wirst den Stream ja starten, wahrscheinlich wieder so gegen 19 Uhr. Ja, aber ich starte erst, äh, mit, ähm, starte erst mit Farmer's Dynasty tatsächlich. Ehemann, darf ich uns an die Armutsgrenze bringen? Ja, äh, äh, kipp alles. Echt? Ja, natürlich. Immer, äh, Feuer, Marianne. Das ist gut. Ähm, ja, du startest mit Farmer's Dynasty, das ist richtig. Und später hin dann, äh, gibt's dann auch noch Farm Together. Richtig. Und die Folgen natürlich auch hier auf YouTube, wer am Samstag keine Zeit hat, den Stream zu gucken, da sieht die Folgen dann natürlich auch in der nächsten Woche hier auf dem Channel. Allerdings das Ganze hier mit Farm Together, äh, unter Umständen unregelmäßig, weil wir es dann tatsächlich nur noch im Stream spielen wollen und wenn wir nicht zum Stream kommen, kommen wir nicht zum Stream. Ergo natürlich auch keine neuen Folgen hier auf dem Channel. Ja, aber wie gesagt, das wollen wir jetzt demnächst immer so machen, ähm, damit wir nicht Farm Together beiseite legen. Genau, weil wir haben jetzt auch noch andere Baustellen, sag ich jetzt einfach mal. Hast du jetzt den Salat gepflanzt? Salat habe ich da hinten gepflanzt, aber ich weiß gar nicht, ob ich genug gepflanzt habe. Ich versuche schon, wie alles gleichzeitig zu machen, das ist irgendwie so. Wir müssen, zwölf Salat ist gepflanzt, 50 brauchen wir. Also wir brauchen noch Salat. Soll ich hier noch ein bisschen pflanzen? Ja, machen wir euch. Ja, ich habe den jetzt hier gegossen, gut, hätte man jetzt auch nachlassen können. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja wohl. Ja, ist egal, irgendwas muss man noch machen. Ähm, ja, nee, wir spielen das jetzt tatsächlich Farm Together nur im Stream, weil wir andere Sachen machen wollen. Hast du das denn schon, äh, wollen wir das schon ankündigen, oder? Nö, das lassen wir, lassen wir einfach mal so sein. Also Überraschung, es gibt noch was Neues. Es gibt noch was Neues, genau. Und, äh, das hat den Grund, dass wir Farm Together ausgewählt haben für den Stream, damit ihr hier quasi mitwirken könnt. Das ist eigentlich der Grund dafür, warum wir Farm Together dafür ausgewählt haben, das im Stream zu spielen. Genau, dann kann man schön zusammen machen mit Ideen und was auch immer. Und Hilfe. Ja, also wenn das, wenn das so wird, wie die letzten Male, wo wir das gestreamt haben, vor einiger Zeit, also vor was längerer Zeit, also sagen wir es mal so, das war damals doch schon sehr, sehr lustig. Ja. Das hat immens viel Spaß gemacht und dann, jetzt gehen wir mal davon aus, dass, äh, ihr alle, äh, die ihr das jetzt hört, ja, du auch, am Samstag beim Stream dabei sein werden. Und, äh, ne, da wird ein bisschen was los sein und dann können wir hier mal ein bisschen, äh, das Farm Leben ein bisschen, ne, bisschen mehr Gas geben hier. Oh, guck mal, jetzt können wir hier schon die Rebhühne, die Lockhühne, die wir brauchen, ähm, die können wir hier schon ernten, quasi. Ah, einmal ein Mütchen schon wieder, fern am Start, sehr schön. Ja, vier Stück sind jetzt da und die brauchen jetzt halbe Stunde. Okay, das werden wir in dieser Folge tatsächlich nicht schaffen. Das macht nichts, weil, wie gesagt, äh, wir sind dann ja auch bald, ja, wie gesagt, ich hab hier oben ein Haus hingewaucht. Wunderbar. So, was hast du gebaut, ein Haus? Ja, hier ist ein Baumhaus, weil wir, ich hab, die Mersi, die Mersi, der Mersi, die Mersi wahrscheinlich, hat geschrieben, ähm, dass wir da drin auch kochen können und uns dadurch Farmhelfer engagieren können. Kann man hier hochklettern? Nein, wenn du nochmal rauf gehst und dann links unten in die Ecke schaust, dann steht der Baumhaus noch 56 Minuten und 23 Sekunden. Ach, das hat Bauzeit, ja, okay. Die Häuser sind neu, ne, die hatten wir damals. Doch, ich hatte das Baumhaus hatten wir damals tatsächlich schon. Okay. Ähm, ja, würde noch, ähm, wir haben, drei Schleifen haben wir. Ah, da drunter sind diese braunen Tickets, die hier sind. Was? Medaillen. Wie bitte? Ja, du hast mich schon richtig verstanden. Du hast mich richtig verstanden. Danke. Autoscooter! Ja, ihr habt gesehen, ich habe mein Traktor im Übrigen geändert und ich habe jetzt so ein schickiger Rucksack auf, tatsächlich. Der Arme rund, der muss immer, der muss immer, der hat lange Beine, der kann laufen. Der hat keine eigene Träcke. Dauerlich. Ja, der kostet das Geld, wenn wir jetzt hier tränken, nee, ne? Wenn wir hier was? Tränken? Tränken? Gießen, meinst du? Natürlich, also es kostet Sprit, ne? Das ist ja, den hat man ja quasi umsonst, ne? Ich habe einen fast vollen Tank. Nein, habe ich nicht, Schatz. Ehrlich nicht. Ja, musst du ja schon fast haben, wenn ich keinen habe. Ich habe halb voll. Ich schufte ja aber auch. Ich schufte ja auch. Ja. Das sagen wir alle. So. Oh, es fehlen zwei Salate. Es müssen noch zwei Salate gepflanzt werden. das mache ich doch mal eben. Dieses Fahnen, ne? Wie lange da ist das, ähm, diesen Fahnen. Eine Feier mit den grünen geben. Pflanze aber eine, eine komplette. Pflanze genügend Fahnen und schalte natürliche, brandneue Gegenstände frei auf, geht's nach draußen. Ähm, Fahnen. Ich glaube, die können wir noch gar nicht. Wie gesagt, das ist so ein Fästchen. Das ist halt so, das sind halt so so eine extra Quest, die sie dann da immer haben. So Events, sag ich jetzt. Einmal mal für alle, die langfristig schon spielen. Okay. Damit die da auch immer was Neues haben. Und, äh, das ist meistens auf dem Level, was wir kaum schaffen. Also da. Und jetzt tüdeln wir hier rum, bis wir jetzt hier, bis die neue Jahreszeit kommt. Jetzt haben wir so ein bisschen, ja, wird so ein bisschen, ja, passiert halt mal, ne? Na ja. Na ja, wie gesagt, Samstag im Stream. Ja, dann wird das alles ein bisschen besser. Äh, ich weiß, ich weiß, du vergisst es wieder, aber eigentlich theoretisch solltest du die, äh, die, 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 die Twitch-Channel auch unter deinem Video verlinken. Ich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann auf Twitch einfach mal, nach Andrina Games, YT, hintereinander weggeschrieben suchen, gleich ein Follow da lassen, dann müsst ihr nicht immer lange suchen, dann habt ihr das gleich in eurer Leiste. Macht ja auch Sinn. Ähm, genau. Und dann wisst ihr direkt Bescheid, wenn das am Samstag hier richtig schwer losgeht. Deutsche Goldnarkets gegen Geld. Ach, guck mal, hier kann schon wieder, schon wieder die ersten Sachen geerntet werden. Das ist doch schon mal schön. Gib Gas, hau die Hand in der Erde. Ja, ich reiß das hier von Hand aus der Erde, um ein bisschen Sprit zu sparen. Das ist aus umwelttechnischer Sicht auch nachhaltiger. Ach, ja, Mann. Ich darf ja mit dir jetzt nicht mehr schimpfen. Da hast du ja wieder... Als wenn du da irgendwas drauf geben würdest. Da hast du ja wieder richtig Glück gehabt. Da ist der nächste Salat, 12 von 50, schon wieder fertig hier. Ja, der Lachs dauert ja auch noch eine Weile, also es ist ja nicht so... Das stimmt. Aber könnte ich ja eigentlich gleich nochmal den nächsten Salat nochmal pflanzen, oder haben wir jetzt genug? Mach doch einfach, dann haben wir ein bisschen was. Wir müssen nur gucken, dass das mit dem lagertechnischen haut, ne? Ja. Ja, momentan sieht es ja noch ganz gut aus. Äh, ja, ein bisschen, ein bisschen Salati kaufen jetzt, Zack. Er freut sich, dass er durch die Gegend laufen kann, der Arme. Wir müssen tatsächlich jetzt mal wie ein bisschen Geld so zusammenkriegen, denn... Ach, hast du da noch gleich nochmal einen Brunnen hingestellt, äh? Ja, komm, dir aus haben wir ja nun wahrlich genug. Ja, ja, ich meine, wie gesagt, noch können wir so brauchen. Äh, so, dir aus haben wir nun wahrlich genug. Ja, nö, das ist nicht wirklich verkehrt, das stimmt. Zwei Minuten ist der Salat fertig. Können wir noch Salat pflanzen? Umisch, dass die Tankstelle leer ist, ne? Ja, dann musst du doch nicht so viel beigehen. Ich bin unschuldig. Auf, 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 auf anständige Handarbeit setzen. Ich bin unschuldig. Oh, wie er damit sein Traktor, du. Ach, wieder keine Kohle mehr. Ich wundere mich schon, warum ich keinen Salat mehr pflanzen wollte. Das ist ja nun mal eine Stange doof, ne? Pitcher hat voll, das fällt, das ist gut. Bringt gar nichts mehr. Es bringt gar nichts mehr. Es ist schon auf die untersten Level. Okay. Hier wird es noch was bringen, diese eine hier. Auch nicht. Dann haben wir auf jeden Fall den Salat am Start hier. Das reimt sich. Oh, guck mal hier. Geld. Nochmal Geld. Ach, hast du die Brunnen wieder leer gezogen, oder? Aber pass auf, dass du mir der ganzen, dass du nicht das Grundwasser verunreinigst. nie nicht. Tankstelle ist schon wieder leer. Ja, ich war gar nicht da. Ich war da schon. Ich stehe hier auf dem Feld rum. Da war's. Ja, also eine Stunde braucht leider das Baumhaus. Das ist dann fertig im Stream. Ja, aber ich bin ja, jetzt bin ich auch ein bisschen neugierig, was man da drin machen kann und so. Na gut, dann musst du da zwischendurch nochmal außerhalb der Aufnahme ein bisschen rum. Es ist ja auch so, dass, ähm, da irgendwas stand in meinen Kommentaren von wegen zwei Herde hinstellen und solche Sachen alles. Ja, die brauchen hier noch ein bisschen. Mal 815 haben wir schon wieder. Ja, so langsam, langsam kommt hier mal was. Langsam kommen wir. Ah! Hier lebt man gefährlich. Hier lebt man gefährlich. Unglaublich. Ich frage mich, wann wir an den Punkt kommen, dass wir so viel Geld haben, um hier verschwenderisch mit, 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 mit Dings umzugehen. Mit? Straßen und Degel und Kram und Gedöns. Ja, das, das, das kommt noch. Das kommt alles noch. Wie gesagt, im Stream ist das ja, geht das ja doch ein bisschen besser von der Hand nachher alles. Das ist natürlich hier nur gerade so ein bisschen, ah, so eine etwas Winterzeit kann man aber nicht so viel machen. das ist halt leider so. Irgendwie bringt das Diesen im Winter auch und brauchen tun wir es ja eh und das passt schon so. Die Zucchini, da brauchen wir noch acht Stück. Von den Hühnern brauchen wir noch sechs und dann brauchen wir noch Kohl und Lachs. Wann kommt der Kohl? Wann kommt der Kohl? Wann kommt der Kohl? Weiß ich ne, ich war der mal Kohl, haben wir ja gesagt, äh, wo steht das da? äh, Kohl können wir ja früher platzieren, also wenn die, die Dings, wenn die jetzt Jahreszeit jetzt rum ist und wir haben sie ja jetzt drei Viertel, haben wir ja geschafft, äh, dann können wir mit dem Kohl richtig, richtig... Für den Kohl brauchen wir 20 Stück. Das sind auch nicht viel, ne? 20 Stück ist nicht so viel, ne? Ja, aber dafür hängen wir am Lachs hinterher, ne? Ja, aber wir können gar nicht so viel Kohle anpflanzen, wie wir... Ja, warte doch mal, wir ernten doch gleich noch ein bisschen Salat. Ah, okay, ja, gut. Und die Dings sind bestimmt auch schon wieder fertig. Die Brunnen. Da war ich aber gerade. Und da ernten wir dann gleich nochmal Apfel. Die Apfel haben wir ja im jeden Jahr. Hier ist auch noch hier gleich, ähm, in vier Minuten ist auch der Salat fertig. Ah, wunderbar. So, was haben wir hier? Die Brunnen, die sind... Ah, in 28 Sekunden. Ja, gut. Ja, dann tu du mal die Brunnen. Ich entsorgte die Tankstelle. Ja, das kannst du auch mal machen. Also, wenn ich es drinne. Ups. Das schon merkt, würde ich. Ich armer Mensch. Ich armer Mensch. Du armer, armer Mensch. Äh, hallo. Nicht genug Ressourcen. Oh, ich würde diesen Moment des... Des... An den Brunnen beigehen. Das wir ausnutzen. Und den entscheidenden Meter weiter vorne. Nein, das ist... Aber wie ist das? Ich bin ja immer so ein bisschen behäbig in solchen Dingen. Ja, aber die sind nicht im Gediehen. Das hast du nur davon. Ja, was nicht fertig wird, bleibliegen. Das hast du nur davon. Ach, das einzige, was heute klappt, ist die Tür. Das ist ja wirklich. Goldscheune. Ja. Drei Minuten noch zum... Ja, zum Salat-Buffet sozusagen. Oh, da höre ich die Trecker schon wieder. Verlade ist fertig. Woof. Quatsch, Ruhe. So, wie dann braucht der hier noch? Zwei Minuten, okay. Oh, guck mal, hier können wir noch mal Trüffel. Ne, ist schön. Was können wir eigentlich mit den Trüffeln machen? Ich das für uns da auch das Lager voll mit. Moment, aber damit kann man den, ne? Ähm. Trüffel. Welches ist denn das da? Ja, das ist ein interessanter. Pilze. Wahrscheinlich, ja. Ja, die kann man, da gibt es bestimmt auch einen Stand. Aber den habe ich jetzt, dann hatten wir noch nicht freigeschalten. Ah, okay. Na gut, ein bisschen Lagerplatz haben wir davon hier auch noch. Soweit, so gut. Hey! Gleich ist die Runde, gleich ist die, 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 die Jahreszeit rum. Dann können wir uns wieder sinnvoller Arbeit widmen. Ah, warum wir kleine Kinder spielen, ehrlich. Oh mein Gott. Ah, schönes Fahren kostet kein Sprit. Das ist so schön realistisch hier. Man kann fahren, soviel man will. Ich stehe schon unterm Apfelbaum. Tja, Ehemann. Pling. 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 Pohlpflanzen. Ja, gib Gas. Nee, nicht Salat. Warte. Cool. So. Dead us men go. Zack. Wahnsinn Stück. Wie oft kommen eigentlich die Bienen? Oh, Stunden. Stimmt ja, da war ja was. So, viel Kohl geht nicht mehr. Mangels, mangels nötig, äh... müdigen Kleingeld, so oder so. er ist doch genug wie brauchst du denn jetzt ist auch auf knie hier so wie viel braucht er denn ja nein und hier noch so was haben wir denn hier 38 minuten okay das ist dann zunächst mal halt auch fertig der kram und auch mal eine runde salat ernten weg damit hast du sogar mit dem salat noch ein bisschen was rausgeholt das ist nur traurig dass du deswegen kein sprit holen kannst natürlich ehemann hast du probleme möchtest du sie mit mir teilen ich habe keine probleme mein tag ist ja fast voll ne doch weil er ist nicht mehr halbvoll weil er ist über dreiviertel voll wenn er ist nicht mehr halbvoll sowohl ein problem würde ich sagen und jetzt wieder lange weile wir konnten jetzt zu kini aufpflanzen oder nicht warte mal wollen wir mal gucken ja können wir brauchen ein stück ohne geld ist halt immer so ein bisschen schlecht stück kriegen wir zu kini hin ernsthaft nicht haben wir ich guck jetzt zu kini da 15 minuten du hast genug geld zwei stück habe ich gepflanzt ja dann los ach weil du jetzt zwei stücke pflanzt hast kann ich jetzt gar nichts pflanzen so funktioniert der hat wenn nicht ja ja das nennt man all das armut das ziel ist voll weißt du was ich meine einmal im leben voll tank das will doch jeder eben soll ich was sollst du hast du noch was kaufen kostet 25 diamanten ja macht doch aber reiche ach du hast ein neues land gekauft ja gut ich meine das können wir natürlich jetzt noch gar nicht so richtig bewirtschaften aber auch nicht wer gesagt dass wir das müssten ja gesagt dass wir es müssen ist schon reif oder was nie noch nicht aber es war nett dass man immer so einen kleinen bonus noch kriechner so an ein zeug was man da auf sich dann kriegt ja nicht so übel was haben wir hier so das ist deko ja ja das ist haben wir denn hier noch bäumchen immer noch nicht voll der tank das ist das tut mir so richtig leid weißt du dass das tut mir gar nicht leid richtig woher du wirst nie mehr was ich alles weiß da kommt ganz schön viel zusammen so hier noch mal gießen so wunderbar hier noch mal füttern so bitteschön haut euch ordentlich klaut sie voll damit finde ich gut ja jetzt haben wir hier so ein bisschen von allem aber gut immer noch nicht so button ärger aber auch guck mal da fährt sie wieder durch die gegend der kleine hund rennt hinterher jetzt haben wir wirklich platz ohne ende was wollen wir denn damit alles alles macht erstmal will ich hier hier nix denen der lehre doch kann roten können wir gleich ja gleich ernsthaft vorne die karotten sind gleich okay das kostet schwank jetzt hier nicht genug was nicht genug geld nicht ganz es kostet 225 glaube ich kann das nicht lesen wie 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 ließ wir es dann jedoch da oder nicht ich habe das eben mit was ich muss noch mal ich komme noch mal hin warte mal was wie war denn das noch hat da unten 225 hast dann doch gefunden ja das ist schön der stolz auf gelbe paprika okay immer ran damit ich schaffe man jetzt nicht hier sind eine minute dreißig haben wir hier karotten ist es wird der letzte akt in diesem in folge sein okay tatsächlich schon wieder rum ja wie gesagt also wenn ihr die folge seht dann ist es ja bald schon das war ich immer positiv denke immer positiv denken weißt du doch ein handy so in einer tour als wenn die leute denken wenn man beim ersten mal nicht reagiert dass man das dann beim zweiten mal oder beim fünften mal dann macht ohne wort ja ich muss das auch nicht verstehen so 47 sekunden ich bleibe jetzt einfach hier und reißen ja 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 gleich ist der karotten gut fertig ja im übrigen 837 dollar ich weiß gar nicht oder ein problem liegt ja jetzt ja das kommt von meiner eifrigen karotten erne genau wir haben ein k und du sprichst hier von uhr hätte es hier zucchini pflanzen 12 22 ist auch gleich los will lustig 67 pflanzt das ist ausgesprochen positiv ja so sieht das nämlich aus dann haben wir schon wieder für nächste quest alles vorbereitet wohl kommt zucchini kommt dann brauchten wir noch und lachs na also das wird ja dann wenn wir wenn wir wiederkommen wird das ja alles fertig sei nicht gleich fertig sein dementsprechend und ja die wir werden mal schauen wir was wir so im stream anstellen können denn in ihrem stream dabei seid dann könnt ihr mich beraten oder den oli beraten weil ich bin beratungsresistent was lachst du da so hässlich ich glaube wir müssen uns gleich mal unterhalten ehemann ja nein alles gut ich tue ihm nix also bis zum bis zum stream ist er wieder aus dem krankenhaus raus da könnt ihr euch braucht euch keine sorgen zu machen in diesem sinne und die leute glauben dass nein ehemann wo steckst du denn ich auch wir können uns gemeinsam verabschieden ja ich steig ja schon aus wo ist quats da jemand ich liebe dir ja auch gut ihr lieben wir sehen uns im stream hoffe ich und bis dahin wenn es euch gefallen hat lassen däumchen da ciao und bei bei jetzt heißt dass dass maker der werden